Hallo und herzlich willkommen zu Digimon Story Cyber Sleuths an diesem Sonntag. Wir haben die Akten vom Avalon Server von Kamishiro Enterprises geholt, haben Jimmy Ken ordentlich den Hintern versohlt, mit großem Abstand, das war überhaupt nicht knapp oder so, und jetzt wollen wir mal besprechen, was in den Akten zu finden ist. Ich bin ein sehr, wie ein Mann nach einer Arbeit, mit einer Kammischung aus dem Einwohnen. Das war eben nicht in der Zeit, aber ich glaube, dass ich nicht so, dass die Kammischiro einen Namen mit einem neuen Unternehmen verholt, und ich weiß nicht, dass ich die Kammischirin selber nicht weiß. Wie weiß der Kammischirin? Oh, das ist eine sehr興chöhnliche Idee. In Nailcoorp gibt es noch jemand von Yamashina Makoto, der, ich glaube, Su... Akemi. Ich weiß aber, dass man so einen Mannsinn, Und er ist der neue Mentor von Agatha. Na, wo gehst du? So, Leute sind nie gut, das haben wir schon bei Sword Art Online gesehen. Aber ich habe mich nicht mehr in der Nile-Coop. Ja. Hey, Kjoh, ich werde das Geld geben, um zu mir zu lassen. Ich habe mich immer noch ein Gefühl, dass ich wieder neu versuche. Ich möchte noch einmal wieder auf das Kostetik. Ich möchte das, was ich. Wie geht's es? Wenn der Kjoh aus dem Kjoh, das sage ich nicht. Ich mach mich. Ich muss das Video anbauen. Ich möchte mich unbedingt in meinem Leben. Ich helfe dir. Ich habe noch nie. Dann kommen Sie wieder. Ich frage mich auf dem Kjoh. Ich habe mich nicht verletzt. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich bin sicher, dass wir uns auch in der Forschung arbeiten können. Ah... ...dass ich... Entschuldigung. Ah... Ich denke, dass wir uns alle zusammenarbeiten. Ich denke, dass es so gut ist. Ich bin auch sehr froh. Ich denke, dass wir in der Forschung des Arten haben, dass ich den kampf gewonnen habe geht es mir besser eine klientin und entspannender feierrufen ich habe mir ein kleines T-Shirt und ein T-Shirt das hat hoffentlich nichts mit Kaffee zu tun doch nicht einfach dein nächstes Kaffeegebäude ist Lachs, Rogen oder Seeigel Rogen sind glaube ich Fischeier ich finde, ich empfehle mich auch an die beiden ich möchte auch noch einen T-Shirt aber ich möchte auch noch einen T-Shirt aber ich möchte auch noch einen T-Shirt also, was ist das? Chikua oder Hanpen oder Daikon oder Guss? im Eintopf gerne, aber nicht im Kaffee in dieser Zeit? ich nehme alles an! da kommt einem so ein bisschen das Frühstück hoch ich nehme alles an! ich nehme alles an! ich nehme alles an! aber ich gehe jetzt an die D-Shirt ich nehme alles an die D-Shirt und habe jetzt mit der anderen Seite Ich muss mich um die Digitation und Werte meiner Digimon kümmern, und wir haben Besuch. Hm... Hier ist Matayoshi-san. Äh... Dämlich Porque... Willkommen an från Kremi Kremi International. Das ist die guardiansk jointly, und ich bin. Entschuldigung! Ex丈夫. Schön. Wie war die Wuh-ah. 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 Was ist das Problem? 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 Hey! Nacota! Okay, gut. Wenn man die Frage ist, dann geht es schnell. Wenn man sich mit der Beleidenschaften will, dann muss man die Beleidenschaften. Das ist natürlich, wenn man die Beleidenschaften will, werden wir? Brot sie uns gerade? Also muss ich meine Pflichten und ihre erledigen. Entschuldigung, wir haben eine Erleidenschaften mit dem Erleidenschaften. Tschüss. Ah, du denkst dir jetzt ein Eroeseses? Was? Hm... Dann, mach es! Was? W-w-w-warum? Kapitel 6 Die Vermissten von Akihabara Die Vermissten von Akihabara Die Vermissten von Akihabara Okay. 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 Die Vermissten von Akihabara 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 Es ist manchmal schwer einzuschätzen, wann ihre Sätze zu Ende sind, weil sie so zögert. Ich glaube, ich habe sich schon drei oder vier mal abgewürgt. Ich glaube, Die Vermissten von Akihabara Bei uns ist das eine Die Vermissten von Akihabara In dem Der Rang hat Daten auf dem Dingy-Weiss empfangen. Es ist bereits ein DATA Die gemischt Doublehead Die Vermissten von Akihabara Das ist ein Veränderungsnachheit. Ich habe keine Ahnung Das tut das Problem, der Büchle zum Teil des 1. Die Vermissten von Akihabara Die Vermissten von Akihabara Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Ah? Hast du etwas von mir? Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Ich habe mich wieder aufgelenkt. Ich habe mich wieder aufgelenkt. Ich werde mich wieder aufgelenkt. Du bist aufgelenkt. Du hast die Verletzungen aufgelenkt. Du hast mich bestimmt. Du hast einen eigenen Mann, einen Ort, einen Ort. Du hast einen Kursen. Das ist das Problem. manche gar nicht ja das ist ein bisschen zu tun dann bin ich verhaftet wenn ich verhaftet wenn ich verhaftet bin dann geht es ok wie geht es? wie geht es? klar zumindest haben wir einen Fall Meine Karma. Du, was willst du tun? Wir haben den Weg zu rettivieren. Entschuldigung. Ich habe mich über die Verletzung von Akihabara in der Verletzung von Akihabara. Ich habe keine Anzeige für die Beine gebraucht. Ich habe mich auch verstanden. Natürlich. Das ist so nett. Das ist so nett. auch auf die Zukunft. Zwölf Nachrichten. Danke, dass es dich gibt. Ich habe dir ein kleines Geschenk geschickt. Ganz viele Leute haben uns Geschenke geschickt. Stimmt es, dass dein Jugendschwarm dich immer wieder abgewiesen hat? Nein, das ist nur ein Gerücht. Wer hat dir das erzählt? Ermittlungsbefehl beendet. Zwei Fälle gefunden. Hey, spielen wir Ox am Berg, wenn du wieder Zeit hast? Bitte, bitte. Klar. Schüttelt man die Bäume, fallen Früchte runter. Köstlich, aber so sättigend. Ach ja? Ich frage mich, ob auch Menschen die Früchte essen können. Wenn Herr Matayoshi erfährt, dass ich dich ermitteln lasse, bin ich dran. Was passiert, wenn ich verhaftet werde? Überlass Kiyokos Helfer, ein paar streng geheime Dokumente zu besorgen. Ich verstehe so vieles noch nicht, aber erst einmal danke ich dir. Äh, ich wünschte, ich hätte mehr Infos zu deinem Vater. Das ist zu viel für einen Schüler. Ich kann hin und wieder helfen, okay? Waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Das Spiel ist übrigens so viel leichter zu spielen auf Deutsch. Ähm, als ich es damals importiert habe auf Japan, da hatte ich natürlich nur japanische Bildschirmtexte. Und es war doch ziemlich schwierig. Ah, drei Eigentumsquests, die machen wir später. Ähm, es war ziemlich schwierig, irgendwie voranzukommen. Ich habe dann immer mit Google Translate, mit der App, vorm Fernseher gesessen und habe die die Einträge auf dem Jobboard übersetzt. Und für das Hauptquest muss ich mir einen kleinen Lösungsleitfaden organisieren. Auf jeden Fall! Das war eine lustige Zeit. Aber auch da habe ich durchgegeben. Okay. Wir sind hier. Wir kaufen ein. Wir kaufen doch nicht ein, weil das ja falsch lachen ist. Wir gucken mal, wie es in unserem Digimon steht. Erstmal nehmen wir eben das wieder weg. Brauchen wir jetzt ja aktuell nicht. Dann darf Tai Agumon wieder auf die Insel. Olli darf wieder mitkommen. Haben wir schon den Speicher erweitert? Oder bin ich da gerade dann vorbeigescrollt? Haben wir, ne? 55 Gruppenspeicher. Können wir schon irgendwas gebrauchen hier? Angriff 105 oder Intelligenz 75? Angriff 105 könnte klappen. Wir sind bei 99. Intelligenz 75 könnte auch klappen. Also bis Level 37 könnte das was werden. Angriff 90. Achso, mit dem Plus 5 bin ich... Naja, dann wird Angriff beim anderen auch schwer. Da fehlt uns also ein Punkt. Könnten wir digitieren? Olli noch nicht. Die sind noch so weit weg. Wie wäre es denn mit dir? Ist das noch so weit weg alles? Joseph, mein Freund. Viel Spaß. Mit einer neuen Existenz heißen wir Joseph in unserer Runde willkommen. Er ist ein Kackhaufen. Wunderschön. Wir haben immer noch Platz. Weyland, du bist fast Max-Level. Gratuliere. Das heißt, du darfst dich entwickeln. Angemorgen. Stief. Stief ist noch zu weit weg von einem. Glenn ist auch erst Level 15. Sue. Mag ich auch sehr gerne. Könnten wir vielleicht auch mitnehmen. Ähm, Joe. Joe, Joe, Joe. Er legt mal und digitiert. Zu. Nu mehr mal. Laufig. ich brauche noch sony eigentlich nicht bedenken man kann die man einträge auf ich sollte nicht in die flasche sprechen das ist auch leer und kommt an die seite sidramon mag ich auch sehr gerne sidramon finde ich cool dann sind wir alle fertig der bank sind alle level 1 wir haben aber noch Bukamon gesammelt ihr wisst was es heißt ja ja Roman ist auch fertig und oh man die anderen brauchen alle noch zwei Nachrichten was also ich übernehme Festnahmen und sowas den Rest machst du ja die Gespräche hier sind nicht optimal übersetzt wahrscheinlich hat er gefragt was ist wenn ich jemanden verhaften muss und Yuko sagt ich habe recht es wäre schön wenn wir was über den Vater erfahren hätten ähm Bukamon komm mit uns hier sind auch so viele mit Namen die jetzt hier feststecken die Insel ist voll hm wir hätten auch genau sechs Platz wir könnten Sonny mitnehmen wir nehmen Sonny mit und dafür bekommt auf der Farm auf der Farm bekommt bekommt David einen Platz David und Joe sind nicht miteinander verwandt auch wenn sie so aussehen dann war Joe doch kein Numemon weil das ist ein Numemon das ist dann Nuramon oder so die heißen irgendwie ein bisschen anders ok erste Amtshandlung herzlich willkommen im Team Mengenrabatt schlägt uns die Playstation sogar schon vor also ihr seht das Team wird immer größer wir können jetzt je nachdem wie hoch die entwickelt sind schon neun Stück mitnehmen ähm ähm ich habe mich gerade gefragt wo teuer Agumon ist aber wir haben ihn ja digitiert also du brauchst noch Kameradschaft du bist voll du darfst aussetzen du bist voll du bist voll du bist voll du brauchst noch du bist ganz neu und du bist ganz neu dabei dann machen wir doch erstmal Tommi voll Einstellungen was bekommt ihr denn alle ich nehme einmal einen weg was sie haben dann müssen wir vielleicht einmal gleich nochmal heilen wenn wir sowas wie TP plus verteilen oder so Mengenrabatt hat noch keinen Slot also Peggy, Peggy, Peggy Peggy wird glaube ich später richtig effektiv nur dass sie jetzt so niedriglevelig ist hat halt dazu geführt ähm dass ihre wenigen TP im Kampf ein Problem waren aber ich glaube grundsätzlich ist sowas wie eine Panikbarriere bei ihr trotzdem nicht verkehrt Tommi ist unser Experte wenn es darum geht anzugreifen ich verteile gleich wir gehen erst einmal kurz zum Laden äh hier davon habe ich 58 19 12 mehr SP kann ich noch einen gebrauchen die sind alle noch so schlecht hier Einstellungen Tommi kann aber definitiv mehr SP gebrauchen weil Scherenarme so viel kostet so dann hat er maximal 68 und kann Scherenarme dreimal einsetzen weil es 20 kostet Joseph, Joseph, Joseph du kriegst erstmal wieder die Vorschau ähm Angriff was solls wo sind deine Werte Verteidigung und Angriff sind gut du könntest ein bisschen mehr Leben brauchen dein Freund holly braucht mehr Angriff aber auch ein bisschen Geschwindigkeit vielleicht Buddy mag seinen Angriff wieder gerne haben Jerry Jerry, Jerry, Jerry bekommt die Lärmdeckung gegen neutralen Schaden und Sonny Pflanzenschaden runter weil er Wasser ist und halbe Verwirrungsrate und dann sind alle gut ausgerüstet und wir gehen mal gucken was Akihabara so für uns bereithält neuer Zielort Akihabara das gelobte Land für Nerds endlich bin ich hierher gepilgert du bist ja immer noch anwesend bitte entferne dich ich bin nur ein bescheidener Fan von Mimitan ich habe in einem Forum gelesen dass hier in Akiba ein privates Event stattfindet wer sind denn Akihabara weißt du was von vermissten verschwundene Leute wie jemand hat Mimitan entführt Mimitan ist ins Land Akihabara entschwunden das ist ja wie in meinem schlimmsten Animus Albträumen Animus ok du hast nicht nur Charisma sondern auch eine rege Fantasie wie soll ich denn auf jemanden reagieren wenn der so immer Sets hat den lassen wir in Ruhe der ist kein guter Zeuge Mimitan ist so süß ein Mimitan Fan meinte im Mimitan Forum dass hier ein privates Mimitan Event in der Nähe stattfindet spitze kommst du heim ich verspreche auch schnurigen Service hihi weißt du was aber vermisste oh das weiß ich nicht verzeih mir willkommen was verkaufst du denn oh ja bitte Gift Panik ist mein schlimmster Albtraum in diesem Spiel Lähmung Lähmung Runden mal ein bisschen auf Täubung Sprite Highlight ist auch nicht zu unterschätzen dann sind wir wieder platt vielen Dank was soll ich jetzt kaufen was soll ich jetzt kaufen die Auswahl ist so groß schrecklich hey was hättest du von den Spielen diese Woche rauskamen ich glaub ich muss sie mir kaufen nein ich hab's fein gelassen mal mit mir geredet hast ich muss mich wirklich konzentrieren jawohl ok ach hallo kommst du mit zu meinem Geschäft wir können auch Händchen halten wäre das nicht schön ähm nee danke ich suche hier nach Haushaltsgeräten unsere Waschmaschine ging neulich kaputt einen Tag später dann auch noch die Mikrowelle und gestern der Kühlschrank vor zwei Stunden brannte im Fernseher eine Sicherung durch und dann gab auch noch mein Digi weiß den Geister auf einfach so bald werde auch ich kaputt sein hahaha hahaha das klingt so als hättet ihr Überspannung im Haus oh nein oh nein ey weißt du was was unmöglich bist du auf Spurensuche bist du von der Polizei ach ein Detektiv dann hab ich ein paar Infos für dich umsonst rücke ich die aber nicht raus viel will ich dafür nicht auf gar keinen Fall Geld oder so etwas ganz ehrlich gesagt bin ich verliebt ganz doll verliebt es war für uns beide Liebe auf den ersten Blick und ja pass auf ich erzähle dir was über sie sie ist schüchtern vielleicht zum ersten Mal verliebt sie ist völlig unbedarft ich hab versucht mit ihr zu reden aber mir fehlen einfach die Worte und da kommst du ins Spiel ich möchte dass du sie für mich um etwas bittest ich möchte wissen wie ich sie erreichen kann Name, Adresse, Digiline Daten könntest du das für mich tun? wir sind doch Freunde oder? stimmt's? sogar allerbeste Freunde nein sind wir nicht nein wirklich? du wirst das wirklich tun? aber meine Infos sind echt gut wirklich absolute Spitzeninfos also wenn du sie siehst dann fragt sie unbedingt nach ihren Kontaktdaten wie sie aussieht Brille lange Haare sehr ordentlich ach und sie liebt mich natürlich auch ich hab sie vor einer Weile in Akihabara aus den Augen verloren vielleicht ist sie noch hier und sie arbeitet in einem Blumenladen wenn du dort fragst werden sie Bescheid wissen also wir sehen uns jetzt sollen wir ihm beim Stalken helfen das machen wir natürlich ob ich in einem Blumenladen arbeite? nein das tue ich nicht ach ich wollte dich was fragen wo sollte ich hingehen? dorthin oder da entlang? da entlang? auf gar keinen Fall dort ist das viel besser weißt du was? natürlich bin ich keine Floristin ich bin eine aufmerksame Maid Maido du bist ja immer noch anwesend bitte entferne dich w знаем so es wie ist die 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 Ich bin mir gerufen, dass ich es nicht mehr so gut zu tun habe. Und deswegen sind wir hier auch nicht mehr so geblieben, wenn ich es nicht mehr so schlauere, wenn ich mich nicht mehr verletzeile mache, dann bin ich da. Ich bin mir da, was ich? Das ist eine Schmuckstelle? Huh? Der Arche? ... Das Schmuckstelle? ... Ich habe sie in mir gehockt. ... Ich habe sie in mir gehockt. Ich habe sie in mir gehockt. Ich habe sie gehockt. Ich habe sie verletzelt. Ich habe sie nicht gehockt. Ich sag's ihm. Sie hätte ihn umgebracht. Nicht nötig. Ein Stalker? Und verzeihlich sowas. Stirb, Stalker! Stirb! Ob er den Film Stalker von Tarkovsky kennt? Ich kenn ihn nicht. Den zeig ich's hier dem Stalker. Den hol ich jetzt mal aufs Maul hier. Das gibt's ja auch nicht. Leute belästigen mich dafür, wenn ich was brauche. Das ist ja unfassbar. Ich hab sie gefunden. Sie steht auf der anderen Straßenseite. Du. Du bist ein Stalker. Ich zeig dich an. Äh, äh, äh. Ja. So, Genosse. Jetzt raus mit der Sprache. Das tut mir so leid. Ich sag dir alles. Ähm, okay. Also, ich kenn einen Typen, ja? Der kotzt immer mal wieder auf, ja? In einem bestimmten Forum in Eden, ja? Und der Typ kennt jemanden, ja? Äh, der in Akihabara verschwunden ist, ja? Und es gibt Leute, der Typ kennt einen, der einen kennt, der wiederum einen kennt, ja? Und sie alle verschwinden, ja? Und, äh, vielleicht, ja, vielleicht hat das Forum mit dem Verschwinden zu tun. Ähm, ist nur meine Meinung, aber ich wollte's gesagt haben, ja? Ähm, äh, wo ist das Forum? Äh, ist gleich hier. Äh, das Forum Comic Mania. Äh, äh, Kumi Mami, wird man's auch. Danke. Gern geschehen. Ja. In die Floristin verliebt. Was für ein Klischee. Egal, ich hab die Infos. Ich geh zum Kumi Mami Forum in Eden. Und wo ich schon unterwegs bin, spare ich mir die Berichterstattung bei Kiyoko. Ich muss dir nicht sagen, was passiert, wenn ich dich beim V-Lenzen sehe, oder? Äh, hier ist alles okay. Nichts zu sehen. Weitermachen. Wir gehen aber trotzdem mal nach Hause. Und werden... ...vorm Fernseher parken. Und beim nächsten Mal... ...untersuchen wir dann das Kumi Mami Forum. Ich danke euch, dass ihr mir zugesehen habt. Wie immer. Äh, hoffe, ihr habt noch ein schönes Restwochenende. Eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.